Herr Mönch, wir machen was fürs Radio und da machen wir uns jetzt erstmal schick. Also Herr Mönch, Sie wissen, was Sie zu sagen haben. Los, sagen Sie es. Was soll ich sagen? Hallo, hallo, ich bin ein Mönch. Sie sind ein Mönch? Nein, Sie müssen sagen, hallo, hallo, ich bin ein Mönch. Sie haben es ja auch im Radio gesagt. Andreas, der Dreh geht gleich los. Mit Andreas Müller von SWR 3 haben wir Deutschlands Biggest Luther aufgezeichnet, eine Comedy-Serie, die jetzt in SWR 3 läuft. Hallo, 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 Sie sind ein Mönch? Nein, Sie sind ein Mönch. Ratet mal, wer den Mönch Martin Luther spielt. Martin Luther? Ja, hallo, hallo, ich bin Martin Luther. Sie sind Martin Luther? Nein, Sie sind Martin Luther. Und Sie spielen den Mönch, der in die jetzige Zeit zurückgekehrt ist und bei... Ach Mensch, ich muss es Ihnen doch nicht erklären, Sie haben doch da mitgemacht. Also, wisst ihr was? Wir schauen es uns einfach online an, Podcast, das funktioniert alles. Hier, SWR 3, da kommt jetzt gleich der Download-Button und dann könnt ihr unsere Sketche hören. Und dann könnt ihr auch sagen... Hallo, hallo, wie der Mönch sagt, hallo, hallo, ich bin ein Mönch. Sie sind ein Mönch? Nein, ich bin kein Mönch. Ich bin kein Mönch.